Das, was Querdenker, Rechtsextreme und einige, die es in Teilen der AfD unterstützt, machen und woran sie glauben, ist eine Art Weltverschwörung. Das Ganze wirkt sektenähnlich, meine Damen und Herren. Wir sind aufgeflogen. Woher weiß Söder nur, dass wir die KRF gegründet haben? Die Katzenarmee Front. Nachdem die Meinung der Katzen ja niemanden zu interessieren scheint, haben wir uns gedacht, wir machen auf uns aufmerksam. Dazu haben wir weltweit Ausbildungslager gestartet. Wir setzen darauf, junge Katzen für unsere Zwecke zu nutzen und auszubilden. Angefangen vom Training bis hin zu Angriffen gegen Menschen. Katzen an die Macht. Wir sitzen vor euren Computern und können euch ausspähen. Wir schrecken vor nichts zurück. Ach so, da stand ja RAF nicht KAF. Und von Querdenkern und der AfD ist die Rede. Die kriegen das eh nicht gebacken. Da brachte ich Söder doch keine Sorgen machen. Die kriegen das eh nicht gebacken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020